Ich kaufe mir ne Papiertüte und in die Tüte, da kacke ich rein. Dann stell ich sie vor seine Haustür und ich lache kurz in mich hinein. Zähnt die Tüte an und klingelt an und er öffnet barfuß die Tür und er tritt hinaus den kleinen Brand und schon hängt an ihm Kacke von mir.